Wir haben Apostelgeschichte 1 gelesen, der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 6, wo es heißt, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Der Titel meiner Predigt ist Patriotismus im Licht der Bibel. Patriotismus im Licht der Bibel, ein alternativer Titel könnte sein, keine Alternative für Deutschland. Keine Alternative für Deutschland. Und das wird eine Predigt sein, die dir nicht unbedingt gefallen wird. Aber ich bin nicht hier, um dir zu predigen, was dir gefallen wird, sondern was du brauchst, was du nötig hast als Christ. Und bevor ich auf dir rumhacke, lass mich ein Geständnis ablegen. Ich war Patriot. Ich fand die AfD super. Ich war patriotisch gesinnt. Ich fand die Identitäre Bewegung super. Ich fand Pegida super. Ich war auf derselben Seite. Aber weißt du was? Patriotismus kann wie eine Zweitreligion sein. Und deswegen will ich heute über Patriotismus im Licht der Bibel predigen, weil Patriotismus für viele wie eine Zweitreligion ist, die sie ablegen müssen, wenn sie wirklich zu 100% dem Herrn dienen wollen. Wenn ich heute, oder verteile ich heute christliche Flyer und predige das Evangelium, habe ich damals vor ein paar Jahren AfD-Flyer verteilt. Und meine Zeit verschwendet mit solchen Sachen. Und wo ich jetzt schon ein Geständnis abgelegt habe, lass mich noch ein weiteres Geständnis ablegen. Als ich ein Semester Informatik studiert habe an der Hochschule Zittau Görlitz in Görlitz, da hat jemand eine Rundmail geschickt. Hat es jeder mitbekommen? Eine Rundmail. Irgendwie, wie kann es sein, dass hier in der Hochschule diese rechtsextremen Materialien ausgelegt werden? Und lass mich ein Geständnis ablegen, ich war es. Ich habe diese Flyer ausgelegt, okay? Jetzt nach fünf Jahren ist es raus. Patriotismus im Licht der Bibel. Ich war selbst patriotisch gesinnt. Ich hatte selbst diese Einstellung, dass wir unsere Identität bewahren müssen. Und ich war stolz auf Deutschland und sowas. Also, diese Predigt, die hätte selbst auf mich zugetroffen, okay? Ich habe damals, das war sogar 2016, denke ich, eine Predigt von Pastor Anderson gehört, oder einen Predigt-Ausschnitt, wo er eben über Patriotismus gepredigt hat, dass es falsch ist, ja, Stolz ist Sünde. Und ich bin froh, dass ich meinen Patriotismus aufgegeben habe. Ich bin froh, dass ich das habe sein lassen mit dem Patriotismus. Und ich bin froh, zu 100% Jesus Christus zu dienen und nicht meine Zeit zu verschwenden mit Patriotismus, mit Nationalstolz, mit AfD-Flyer verteilen. Und was mir geholfen hat damals, das will ich dir heute weitergeben, um dir zu helfen. Diese Predigt kann ein bisschen wehtun für dich, aber das ist nötig. Aber bevor wir in das Thema einsteigen und wirklich uns die Verse dazu anschauen, Was ist Patriotismus? Laut Wikipedia. Als Patriotismus wird eine Emotionalverbundenheit mit der eigenen Heimat oder dem Vaterland bezeichnet. Häufig bezieht er sich auf die Nation. Im Deutschen wird anstelle des Lehnwortes auch der Begriff Vaterlandsliebe als Synonym verwendet. Diese Bindung wird auch als Nationalgefühl oder Nationalstolz bezeichnet und kann sich auf ganz verschiedene als Merkmale der eigenen Nationen angesehenen Aspekte beziehen. Etwa ethnische, kulturelle, politische oder historische. Also was sehen wir? Vaterlandsliebe, Nationalstolz. Diese emotionale Verbundenheit, stolz zu sein auf Deutschland, Deutschland treu sein zu wollen. Wir wollen für Deutschland, wenn es sein muss, in den Tod gehen. Aber es ist das, was die Bibel lehrt, dass wir stolz sein sollten allgemein oder dass wir stolz sein sollten auf unsere Heimat, auf unser Land. Dass wir emotional so stark verbunden sein sollen mit unserer Heimat. Dass wir Deutschland lieben sollen mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken. Ich dachte, die Bibel sagt, dass wir den Herrn und unseren Gott lieben sollen mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken. Und wenn du aber Patriotismus hast, immer noch diese zweite Religion haben willst, dann kannst du nicht Gott zu 100% lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, sondern du verschwendest dein Denken an Patriotismus teilweise. Du verschwendest deine Seele an Nationalstolz teilweise. Du verschwendest dein Herz an Vaterlandsliebe teilweise. Also siehst du, wie nicht beides zusammenpasst? Ich sage nicht, dass es nicht gute Christen gibt, die auch ein bisschen an ihrem Patriotismus festhängen. Sieht man sehr oft in den USA natürlich. Wo Baptistenkirchen, Gott sei Dank nicht wir, aber wo Baptistenkirchen eine USA-Flagge stehen haben. Hinter dem Pult. Wo sie immer noch an diesem Patriotismus festhalten wollen. Aber Patriotismus ist etwas, was du pflegen und hegen musst, eben wie eine Religion. Viele Baptisten, gerade in den USA, wollen nicht nur eine Beziehung mit Jesus haben, sie wollen auch eine Beziehung mit den USA haben. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Du kannst dich auf zwei Hochzeiten tanzen, du kannst dich zwei Herren dienen. Es funktioniert letzten Endes nicht wirklich. Wenn du wirklich den Herrn, deinen Gott lieben willst, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und das ist mein Ziel dieser Predigt, dich dazu zu motivieren und dir zu helfen, etwas in deinem Leben aufzugeben, was wie eine Zweitreligion ist. Ihr seid in Apostelgeschichte 1. Wir hatten Vers 6 gelesen. In Vers 7 geht es dann weiter. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Punkt. Nein, es geht weiter. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist nicht unbedingt das, was sie hören wollten, denn was war ihre Frage? Lasst uns nochmal Vers 6 lesen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königherrschaft wieder her? Also das ist, worauf sie sich ausrichten. Das ist, was sie im Kopf haben. Herr, stellst du wieder die Königherrschaft her? Wird Israel wieder zu alter Stärke erhoben? Wird Deutschland wieder zu alter Stärke erhoben? Unser deutsches Vaterland muss wieder zu alter Stärke erhoben werden. Ist das wirklich geistlich? Ist das wirklich das, wonach wir streben sollen in unserem Leben als Christen? Und was wir hier sehen in diesen Versen ist, dass sie abgelenkt werden von dem eigentlich Geistlichen, von dem eigentlich Wichtigen, dass sie sich selbst ablenken durch ihren jüdischen Nationalstolz. Wir sehen Nationalstolz ganz besonders eben bei den Juden. Und leider auch die Apostel waren natürlich immer noch ein Stück weit davon beeinflusst, genauso wie wir natürlich von der Welt beeinflusst sind hier und da. Aber deswegen brauchen wir solche Predigten, die dir vielleicht nicht unbedingt gefallen, die du aber brauchst. Wir brauchen solche Predigten gegen Patriotismus. Wir brauchen Predigten gegen Alkohol. Wir brauchen Predigten gegen ein weltliches Leben. Denn all das lenkt uns ab, davon wirklich zu 100% dem Herrn zu dienen. Und wir sehen das hier in diesen Versen. Er geht hier gar nicht darauf ein, was die Jünger sagen, sondern er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater an seine eigene Vollmacht festgesetzt hat. Also er geht gar nicht so zu 100% darauf ein, sondern lenkt das Gespräch auf Geistliches, auf das, was wirklich zählt in unserem Leben, das Evangelium zu predigen. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, aber eben nicht nur in Jerusalem. Sie sollten nicht nur zu den Juden predigen. Das ist aber, was sie gedacht haben, was wir dann später sehen. Und in ganz Judäa und Samaria, oh, Samaria, zu den Heiden? Mit denen wollen wir nichts zu tun haben, wir sind besser. Wir sind stolz auf unser. Israelisches Vaterland. Und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir sehen was ähnliches in Johannes Kapitel 6. Schlagt Johannes Kapitel 6 auf. In Johannes Kapitel 6 heißt es in Vers 15, Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Bergrad zurück, er allein. Das ist eine ziemlich witzige Stellung. Ich muss den Vers erst mal selbst ausschauen, hier in meiner Bibel. Johannes Kapitel 6, Vers 15. Wir sehen, sie wollten Jesus mit Gewalt zum König machen. Das ist, was sie im Sinn hatten. Sie hatten nicht geistliches im Sinn, als Jesus ihnen gepredigt hat. Sie hatten nicht geistliches im Sinn, als Jesus das Brot vermerkt hat für die 5000. Das ist eben die Speisung der 5000, die wir in Johannes Kapitel 6 lesen. Ich lese nochmal vor, Vers 13. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, dass Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie haben dieses unfassbare Zeichen gesehen. Sie haben sogar die Brotkrumen gesammelt und es wurden zwölf Körbe gefüllt mit Brocken von den Broten. Jesus hat das Brot vermehrt für 5000. sie wurden alle satt. Der Herr hat ein Wunder gezahnt, aber anstatt, dass sie wirklich geistlich denken dann in dem Moment, haben sie wieder Weltliches im Kopf. Sie haben zwar erstmal die richtige Einstellung, könnte man denken, in Vers 14, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ich meine, das ging gut, aber dann Vers 15, Danielus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen. Zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Sie wollten ihn dann mit Gewalt zum König machen, weil sie eben im Kopf hatten, Israel braucht wieder einen König, wir müssen zu alter Stärke erhoben, werden. Wir sehen aber nicht, dass Jesus das gefällt, sondern als er das bemerkt, zieht er sich zurück. Es ist noch nicht an der Zeit. Wann wird Jesus Christus herrschen über diese Erde? Im tausendjährigen Reich. Aber dann wird es eben eine Weltherrschaft Christi sein. Dann wird es keine Nationen mehr geben. Dann wird es dein tolles Israel nicht mehr geben. Dann wird es dein tolles Deutschland nicht mehr geben. Weil es nicht um deine bescheuerte Abstammung geht, nicht um deinen bescheuerten Nationalstolz. Sondern es geht um Christus. Um Christus sollte es gehen in deinem Leben. Um das Evangelium, Geistliches zu tun, dem Herrn zu dienen. Und wir sehen hier eben, trotzdem, Jesus dieses Wunder gezahnt hat, hatten sie diesen weltlichen, diesen fleischlichen Gedanken im Kopf. Und wir sehen das dann auch später, wenn wir hier weiterlesen, in Vers 25. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Das ist Vers 25, Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Warum haben sie Jesus gesucht? Waren sie wirklich daran interessiert, dem Herrn zu dienen? Das ist der Christus. Wir haben den Sohn Gottes gefunden. Wir wollen an ihn glauben und ihm nachfolgen. Ist das ihre Motivation? Nein, sondern es geht ihnen um die Brote. Es geht ihnen darum, dass sie satt geworden sind. Ich meine, ist das nicht dumm? Ist das nicht langweilig? Ist das nicht sinnlos? Und genauso sinnlos ist Patriotismus. Ja, diese Einstellung, die sie eben auch haben, ja, dass sie ihn zum König machen wollten. Es ist sinnlos. Und es ist wirklich dumm, wenn wir daran denken, was Jesus gerade für ein Wunder getan hat. Dass er ein paar Brote vermehrt hat für 5.000, dass sie alle satt geworden sind. Und nur Randbemerkung, wir sehen hier im Vers 26, wozu das führt, wenn wir einfach eine Massen-Evangelisation machen oder lass mich das anders formulieren. Bei vielen Zelt-Evangelisationen, sowas wie Pro Christ oder sowas, kommen Leute zusammen, die nicht wirklich interessiert sind am Evangelium. die nicht daran interessiert sind, Gottes Wort zu hören, sondern warum kommen sie? Weil es eine Veranstaltung ist, weil sie Musik hören, ja, CCM, Christian Contemporary Music, das heißt einfach Popmusik, Rockmusik, weil sie was zu essen bekommen. Ja, es wird Essen angeboten bei einer Zelt-Evangelisation. Ich meine, sicher haben die Leute, die sowas veranstalten, Gutes dabei im Sinn. Ja, will ich nicht unbedingt jedem Böses unterstellen. Aber wir sehen eben, wenn so viele Leute, so viele Menschen, Massen zusammenkommen, da sind einfach viele Leute darunter, die nicht an Geistlichem interessiert sind, die nicht daran interessiert sind, Gottes Wort gepredigt zu hören, sondern die halt einfach Brot haben wollen. Und hier ist das Ding, Jesus lag natürlich nicht falsch damit, zu Massen zu predigen. Natürlich nicht. Er ist Gottes Sohn, er hat alles richtig gemacht, aber wenn du wirklich mal die Bibel von vorne bis hinten liest, dann fällt dir auf, dass Jesus immer wieder gesagt hat, wenn er jemanden geheilt hat, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Ist dir bewusst, dass Jesus absichtlich verhindern wollte, dass sich Menschenmassen sammeln? Aber was haben die Leute gemacht, wenn er einen Blinden geheilt hat zum Beispiel? Er hat ihm gesagt, Jesus hat ihm gesagt, dass sie ihn nicht bekannt machen sollte, dass sie ihn nicht offenbar machen sollte, dass sie nicht sagen sollte, dass er der Christus sei. Aber derjenige hat es dann eben doch gemacht, hat dann doch weitererzählt. Es haben sich Menschenmassen gesammelt, die einfach zusammengekommen sind, um ein Spektakel zu sehen, aus ihrer Sicht. Weil sie eben nicht geistlich, sie haben nicht an den Herrn geglaubt, sie hatten nicht Geistliches dabei im Sinn, oder die dann zusammengekommen sind, um Brot zu haben. Deswegen glaube ich nicht an so große Evangelisationsveranstaltungen. Das war auch nicht Jesu Absicht. Er wollte das verhindern. Er hat immer wieder gesagt, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Die Leute aber haben sich nicht dran gehalten. Und dann hat er ja manchmal ganz einfach keine Chance, als zu riesigen Massen zu predigen, weil die Leute ihn eben so bedrängt haben. Und wenn du mir das nicht abkaufst, lies es selbst noch. Wir waren in Johannes Kapitel 6, Vers 15. Sie wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Und was sehen wir hier? Durch ihren Patriotismus haben sie sich selbst abgelenkt von geistlichen Dingen. Haben sie sich selbst davon abgelenkt, dass Jesus der Christus ist. Haben sie sich selbst davon abgelenkt, dem Herrn zu folgen, zu 100%. Und das ist eben, was Patriotismus mit dir macht. Er lenkt dich ab. Was ist das Thema in der Predigt, dass du deinen Patriotismus aufgibst? Und warum möchte ich, dass du deinen Patriotismus aufgibst? Weil er dich als Christ eben ablenkt, von den eigentlich wichtigen Dingen, dem Herrn zu dienen. Aber lass uns ein paar Punkte anschauen, warum laut der Bibel Patriotismus falsch ist. Ich glaube, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass Patriotismus falsch ist. Und ich will euch das zeigen aus der Bibel. Schlagt mit mir auf Sprüche Kapitel 8. Sprüche Kapitel 8. Wir haben in der allgemeinen Definition von Wikipedia gelesen, dass Patriotismus oftmals synonym mit Nationalstolz verwandt wird. Und ich glaube, ich muss dir nicht erklären als Christ, dass Stolz natürlich falsch ist. Stolz ist falsch, Punkt. Da muss man nichts weiter dazu sagen. Und da könnte ich eigentlich meine Predigt schon beenden. Denn Patriotismus, müsste jeder zugeben, ist eine Form von Nationalstolz. Ich bin stolz auf Deutschland. Ich bin stolz, Deutscher zu sein. Unser deutsches Vaterland. Aber Stolz ist falsch. Damit könnte ich meine Predigt eigentlich schon beenden. Aber ich will euch natürlich ein paar Verse dazu zeigen. Sprüche Kapitel 8, Vers 13. Sprüche Kapitel 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut und den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Hey, wenn du anfangen willst, den Herrn zu fürchten, wenn du wirklich die Furcht des Herrn haben willst, und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, wenn du den Herrn nicht fürchtest, dann hast du noch nicht mal angefangen, weise zu werden. Willst du den Herrn fürchten? Okay, dann hasse das Böse. Oh, Hass ist falsch, Anselm. So lustig, wie Christen heutzutage denken, dass Hass falsch sei. Obwohl die Bibel uns dazu auffordert, zu hassen, Gottes Feinde zu hassen, das Böse zu hassen. Wie ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Willst du den Herrn lieben? Willst du dem Herrn treu sein? Willst du die Furcht des Herrn haben? Hasse das Böse. Hasse Stolz. Du musst Stolz aus deinem Leben verbannen. Stolz ist eine große Sünde, ist eine ekelhafte Sünde. Raus mit dem Stolz aus deinem Leben. Aber ich will meinen Patriotismus behalten. Ich will stolzer Deutscher sein. Nun, du liegst falsch. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund, hasse ich. Siehst du, was Gott hasst, das sollten auch wir hassen. Das ist nicht schwer zu verstehen, das sollte jedem Christen eigentlich offensichtlich sein. Zum Thema Stolz, lass uns die Juden anschauen. Im Stolzsein sind die Juden besonders gut, besonders wenn es eben um ihren Nationalstolz geht. Und wir sehen super Verse dafür in Matthäus Kapitel 3, stark mit mir, Matthäus Kapitel 3 auf. In Matthäus Kapitel 3 verkündigt Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa und spricht, das Reich der Helm ist nah herbeigekommen. Ja. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Matthäus Kapitel 3, ab Vers 7. Als aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, Schlag in Brut! Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen. Aber warum bist du so beleidigend? Warum bist du so beleidigend? Warum bezeichnest du sie als Hunde? Warum bezeichnest du sie als Schlangen? Johannes der Täufer hat euch den Heiligen Geist hier als Schlangen bezeichnet. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Wüste würdig sind. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Lass dir diesen Vers auf der Zunge zeigen. Ich liebe diesen Vers. Was für ein kraftvoller Vers. Was für eine starke Aussage. Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Gott sagt uns im Grunde genommen damals, so viel ist deine Abstammung wert. Ein Stein. Gott könnte einen Stein nehmen und einen Juden daraus machen. Einen waschechten, reinrassigen Israeliten. Könnt ihr aus einem Stein machen. Er könnte einen reinen, waschechten, reinrassigen Deutschen machen aus einem Stein. So viel ist deine bescheuerte Abstammung wert, auf die du stolz bist. Denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Du bist ein Sohn Abrahams, du bist ein Kind Abrahams. Du bist stolz darauf, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Er könnte einen Stein nehmen. So viel ist deine Abstammung wert. Ein bescheuerter Stein, den Gott nehmen könnte und einen nachkommen Abrahams daraus machen könnte. Einen reinrassigen, waschechten Deutschen daraus machen könnte. Ich meine, hier ist das Ding. Eine gewisse Verbundenheit mit dem Heimatland ist natürlich normal. Mit dem Land, in dem du geboren bist. Das ist völlig normal. Ich sage nicht, dass es falsch ist, irgendwie Heimweh zu haben. gerne zu Hause zu sein, gerne in Deutschland zu sein, gerne Zeit zu verbringen mit deinen geistlichen Brüdern in Deutschland. Aber das ist nicht unsere, das ist nicht die erste, die wichtigste Verbundenheit, die wir haben sollten. Mit welchen Leuten sollten wir uns wirklich verbunden fühlen? Uns wirklich richtig verbunden fühlen mit Christen. Und wenn du dich als Christ, als deutscher Christ, als patriotischer Christ, mehr mit Deutschen allgemein verbunden fühlst, als mit ausländischen Christen, dann machst du was falsch. Dann hast du die falschen Prioritäten in deinem Leben gesetzt. Dann siehst du eben, wie dich Patriotismus, Nationalstolz davon abhält, wirklich deine Brüder zu lieben. Das, wozu uns die Bibel auffordert, zu guter Liebe, immer und immer wieder, müssen die Brüder lieben. Und ratet mal was, als Christen ist unsere Abstimmung völlig egal. Und ich zeige euch schwer noch die Verse dazu. Aber wir sehen hier eben super Verse, Matthäus Kapitel 3, die Juden, die sind gut im Stolzsein. Darin sind sie wirklich groß, ihr Israel zu lieben, dass sie den Palästinensern geklaut haben. Darin sind sie gut, sich selbst besser zu fühlen als andere. Denn was ist Stolz? Stolz bedeutet, ich fühle mich besser als andere. Mit anderen Worten, andere sind schlechter. Oder, Deutschland ist besser als andere Länder. Andere, sorry, sind schlechter. Und natürlich könnte man sagen, rein wirtschaftlich gesehen oder sowas, ja, okay. Aber Nationalstolz geht natürlich, es ist natürlich mehr als einfach nur, Deutschland wirtschaftlich besser zu finden als irgendein dritte Weltland oder so. Stolz, sich selbst besser zu fühlen, zu denken, man sei was Besseres, das ist ekelhaft, das ist ein Gräuel in den Augen Gottes, Gott hasst es. Und du musst deinen Patriotismus ablegen. Ich bin fest davon überzeugt und ich will dir damit helfen mit dieser Predigt, auch wenn einigen Leuten diese Predigt nicht gefallen wird, aber das ist, was du brauchst. Wie gesagt, eine gewisse Verbundenheit mit dem Heimatland ist natürlich normal. Beispielsweise, ich möchte natürlich als Deutscher, habe ich natürlich ein Anliegen, Deutsche zu erreichen. Logischerweise. Ich habe ein Anliegen, Deutsche mit dem Evangelium zu erreichen. Wir haben ein Anliegen, dass eine Kirche gegründet wird in Deutschland. Natürlich, aber hier ist das Ding. Während Deutschland einfach komplett, zu 100% feindlich gegen das Evangelium, würden wir dort niemanden retten, na weißt du was, dann würde ich nicht auf Biegen und Brechen sagen, dass wir die Deutschen gewinnen müssen. einfach nur, weil ich Deutscher bin und wir müssen unsere Volksgenossen gewinnen. Das wäre die falsche Einstellung, denn die Bibel ist eindeutig, dass wir zu denen gehen sollen, die offen sind für das Evangelium. Denn Jesus sagt auch immer wieder in den Evangelien, wenn sie euch aber nicht aufnehmen, noch auf euer Wort hören wollen, so zieht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis ungefähr. Also wenn jemand nicht uns aufnehmen will, sie wollen nicht auf uns hören, sie lehnen uns ab, dieses Volk will nichts vom Evangelium wissen, den Staub von den Füßen schütteln und weggehen. Geh zu einem anderen Volk, die offen sind für das Evangelium. Denn was ist deine Priorität? Da kommen wir eben wieder zurück zu der Frage, was ist deine Priorität? Willst du lieber dein Land lieben oder willst du den Herrn lieben? Was ist die Wichtige? Und du denkst dir jetzt vielleicht, okay, aber Anselm, Deutschland ist ein sehr unempfängliches Land. Deutschland ist nicht wirklich offen für das Evangelium. Aber ich stimme dir nicht unbedingt zu, ehrlich gesagt. Weißt du was, ich war jetzt ein paar Monate hier in den USA ein halbes Jahr. Und offen gesagt, der Unterschied ist nicht so extrem krass, wie du dir das vielleicht vorstellst, zu Hause in Deutschland. Du denkst dir vielleicht, auch in den USA ist es so viel einfacher, Seelengewinn zu gehen, wir retten so viel mehr Menschen. Aber es sind nicht so viel mehr, die gerettet werden. Da muss ich dir wirklich ein bisschen die Euphorie nehmen über die USA. Es werden hier nicht so viel mehr Menschen gerettet als in Deutschland. Das hängt natürlich auch zusammen mit unserer Strategie, die wir in Deutschland anwenden, dass wir hauptsächlich auf den Straßen einfach auf junge Leute zu gehen. Dadurch sind wir natürlich effektiver. Schrittweise wollen wir dann auch dazu übergehen, Tür zu Tür zu gehen, eine Stadt wirklich systematisch zu erreichen, denn das ist die einzige Möglichkeit, eine Stadt komplett systematisch zu erreichen. Aber trotzdem, auch wenn wir diesen Faktor weglassen, dass wir hauptsächlich auf junge Leute zugehen in Deutschland, würde ich trotzdem sagen, dass Deutschland nicht so super unempfänglich ist, wie du denkst. Und dass der Unterschied zu den USA nicht so extrem krass ist, wie du dir das vielleicht vorstellst. Es ist ein Unterschied, ja natürlich, ich meine, die USA ist eine wesentlich christlichere Nation, es gibt hier wesentlich mehr Kirchen, und wir merken das, wenn wir mit den Leuten sprechen, es können einfache Leute sein, denen du das nicht unbedingt ansiehst, aber du kannst sofort mit einigen direkt in ein biblisches, geistliches Gespräch einsteigen, auch wenn du dir das gar nicht unbedingt gedacht hast, so wie sie aussehen, so wie sie leben, aber wir sollen eben keinen ansehenden der Person haben, und das ist auch etwas, was wir im Patriotismus sehen, das ist eben das Ansehen der Person, zu denken, wir seien was Besseres, oder ich bevorzuge Deutsche, weil sie Deutsche sind, das ist falsch. Aber um diese Gedanken jetzt nochmal hier zusammenzubringen, natürlich ist es für mich ein Anliegen durchaus, Deutsche zu erreichen, aber gleichzeitig mit dem Gedanken im Kopf, dass wir eben wirklich Ergebnisse sehen in Deutschland. Ich meine, es wurden, habe ich gehört von Bruder Moses heute sechs Leute gerettet, richtig? Das ist eine großartige Zahl. Das ist eine großartige Zahl. Also, ich weiß nicht, wie da manche Leute auf den Gang kommen, Deutschland ist so unerfänglich, wir können niemanden retten in Deutschland. Das stimmt einfach nicht. Also, Deutschland ist, Teile Deutschlands sind offen für das Evangelium, junge Leute sind offen für das Evangelium. Also macht es da nicht Sinn, in Deutschland Seelengewinn zu gehen? Aber wir sehen das auch in der Bibel, dass es durchaus natürlich völlig normal ist, eine gewisse Verbundenheit zur Heimat zu haben, sich verbunden zu fühlen, mit dem Land, in dem man aufgewachsen ist, mit den Leuten. Aber das ist nicht unsere Priorität. Ich fühle mich viel verbundener mit jedem x-beliebigen Christen, egal woher der kommt. Viel verbundener fühle ich mich mit dem als mit einem Deutschen, der nicht gerettet ist. Schlag mit mir Römer Kapitel 9 auf Römer Kapitel 9. In Römer Kapitel 9 lese ich vor, Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unamlässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verwandt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Also es geht hier nicht um Glaubensbrüder, sondern es geht um die Verwandten nach dem Fleisch. Es geht um Israeliten. Paulus schreibt das, dass er wünschte, selber von Christus Verwandten zu sein für seine Volksgenossen, für die Israeliten. Denn die Israeliten sind, Vers 4, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt im Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. So viel zum Thema, dass Jesus nicht Gott sei. Vers 5, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Aber wir sehen hier Paulus Perspektive. Paulus Perspektive ist nicht diese fleischliche Perspektive, dass er einfach Israeliten irgendwie besser findet, dass er einfach stolz ist auf Israel. Er hat diese Verbundenheit natürlich mit seinen Volksgenossen, mit den Israeliten, die ihm wirklich ethnisch gesehen Kinder Abrahams sind. aber er hat dabei keinen Stolz, sondern er hat eine geistliche Perspektive. Denn was ist hier wirklich für ihn der Grund, warum er von Christus lieber selbst verbannt sein würde für seine Brüder, seinen Verwandten nach dem Fleisch? Was ist der Grund dafür? Weil Israel eben den Israeliten die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse gehören, die Gesetzgebung der Gottesdienst, die Verheißung. Er denkt sich im Grunde genommen, um es zusammenzufassen, hey, die Israeliten, die haben alles. Denen ist alles gegeben. Die haben das Alte Testament, ihnen wurde das Alte Testament gegeben, ihnen haben die Propheten gepredigt, ihnen gehört der Gottesdienst, die Gesetzgebung, die Verheißung. Aber sie glauben nicht. Und das macht ihn traurig. Er hat also eine geistliche Perspektive, er nimmt eine geistliche Perspektive ein, keine fleischliche Perspektive, er hat nicht einfach Nationalstolz. Das ist nicht seine Motivation dabei, Nationalstolz oder sowas. Weiterer Versschlags, eine Seite weiter zu Römer Kapitel 10, Römer Kapitel 10, in Vers 1, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Also, geht es ihm irgendwie darum, Israel zu alter Stärke zu erheben? Ja, ich bin stolzer Israelit. Nein, sondern sein Wunsch ist, dass sie gerettet werden. Genauso wie es auch mein Wunsch ist, dass Deutsche gerettet werden. Dass sich in Deutschland was tut. Und es tut sich was. Wenn sechs Menschen gerettet werden, dann tut sich was. Hey, wir als Deutschlandseelen gewinnen, wir erreichen Menschen. Wir tun das, worin all diese EFG und FEG-FEC-Gemeinden versagen, all die Brüdergemeinden und die evangelische Kirche sowieso, katholische Kirche sowieso. Wir erreichen wirklich Menschen. Und nicht nur in dem Sinne, dass sie gerettet werden, sondern dass sie dann auch Christus nachfolgen. Dass sie sich taufen lassen wollen. Wir erreichen Menschen. Also, können wir in Deutschland was erreichen? Können wir in Deutschland geistlich was tun? Ja, absolut. Also, ich habe null eine negative Einstellung, wenn es um geistlichen Dienst in Deutschland geht. Null. Ich weiß nicht, woher so eine negative Einstellung kommt. Ich sehe keinen Grund dafür. Ja, aber die Gesetzgebung in Deutschland. Nun, weißt du was, in anderen Ländern wird es auch immer schlimmer. Das ist halt so. Was willst du erwarten? Das ist die Welt, in der wir leben. Aber wir sehen hier in Römer Kapitel 10 auch, dass er, dass ihm natürlich Israel am Herzen liegt, dem Apostel Paulus. Ihm liegen seine Volksgenossen natürlich in gewisser Weise am Herzen. Das ist das Land, in dem er aufgewachsen ist. Aber was ist sein Ziel? Sein Ziel ist nicht etwas fleischliches, etwas weltliches. Er hat nicht Nationalstolz, sondern ihm geht es um geistliche Dinge dabei. Wir sehen dann aber andererseits in der Apostelgeschichte die menschliche Seite der Apostel, ihre Fehler. Und die Bibel ist deswegen so ein gutes Buch, deswegen so eine komplexe, gute Literatur, weil sie eben die Realität darstellt. Sie hat nicht, sie gibt uns nicht irgendwie ein völlig verklärtes, verblümtes Bild auf Apostel, auf Diener Gottes, auf Männer Gottes, dass sie irgendwie perfekt seien, sondern die Bibel nennt extreme Sünden direkt beim Namen, dass David zum Beispiel der Mann nach dem Herzen Gottes Ehebruch begangen hat, dass er Mord begangen hat. Die Bibel stellt uns die Realität dar. Ich finde es immer so lustig, wie Leute sich darüber aufregen, ja Atheisten, ja wie soll ich denn an die Bibel glauben, wenn die Welt so schlecht ist, so nach dem Motto, was ist das für ein Argument, was ist das für ein Schwachsinn? Die Welt ist so schlecht und all das Leid in der Welt, warum sollte ich an die Bibel glauben? Nun ich gebe dir einen guten Grund an die Bibel zu glauben, eben gerade weil die Welt so schlecht ist, gerade weil die Welt voller Leid ist. Das ist ein guter Grund an die Bibel zu glauben, denn die Bibel stellt die Realität dar. Wir lesen von extremem Leid in der Bibel. Wir lesen von Leid in der Bibel, das wir wahrscheinlich niemals erfahren werden, realistisch gesehen. Aber wir sehen eben in der Apostelgeschichte dann die menschliche Seite der Apostel, die Fehler, die sie gemacht haben. Wir sehen, dass große Männer Gottes, die uns als Vorbilder dienen, Fehler gemacht haben. Fehler, wo wir uns als Christen heutzutage denken, wie dumm waren die eigentlich? Waren die wirklich solche Idioten? Das ist wirklich, was man sich manchmal denken kann. Das liegt daran, dass wir eben das hier haben. Wir haben alle Bücher der Bibel in einem Buch als eben die Bibel. Aber du musst dir vorstellen, dass das damals nicht unbedingt der Fall war, sondern warum bezeichnen wir die einzelnen Bücher der Bibel als Bücher? Weil es eben Bücher waren, weil es eben Buchrollen waren. Einzelne Buchrollen. Es hatte eben jemand das Buch Johannes. Es hatte jemand das Buch 1. Timotheus, den 1. Timotheusbrief. Verschiedene Bücher, die alle Gottes Wort sind. Gott sei Dank haben wir heute eben sowas wie Buchdruck. Und nicht nur Buchdruck schon seit hunderten von Jahren, sondern auch das Internet. Und haben einfach die Bibel zusammengefasst und sind dadurch in einer besseren, in einer vorteilhaften Stellung gegenüber den Aposteln sogar. Wir sind hier definitiv im Vorteil heutzutage. Und deswegen möchte ich auch nicht so denken, wenn ich nur damals gelebt hätte irgendwie in der Blütezeit Israels. Nee, ich will heutzutage leben. Ich denke, dass wir es echt besser haben. In vielerlei Hinsicht haben wir es besser. Schreibt mir auf, Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 8. Wir sehen auch die fleischliche Haltung der Apostel, dass sie eben immer noch beeinflusst waren vom Judentum, vom falschen Judentum. Denn was ist richtiges Judentum? Was ist ein anderes Wort für richtiges Judentum? Christentum. Aber wir sehen, dass sie beeinflusst waren eben von falschen Juden, dass sie beeinflusst waren von diesem nationalstolz der Juden. Wir sind Kinder Abrahams und sie wollten unbedingt wieder einen König haben. Israel sollte zu alter Stärke erhoben werden. Sie waren leider davon beeinflusst, Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus, der dann eben in Paulus umbenannt wurde, der zu der Zeit ein Pharisäer war, der die Gemeinde verfolgt hat. Saulus aber hatte seine Ermordung zugestimmt. Also der Ermordung des Stephanus. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und das ist ein wichtiger Vers. Das ist ein Vers, den du nicht überlesen solltest. Oh, ausgenommen die Apostel, okay, was interessiert mich das? Aber das ist ein extrem wichtiger Vers, denn das zeigt, dass trotzdem die Gemeinde zerstreut wurde in die Gebiete von Judäa und Samaria, also auch zu den Heiden, trotzdem die Gemeinde zerstreut wurde, haben die Apostel immer noch daran festgehalten, dass sie nur Jerusalem erreichen wollten, dass sie nur die Juden erreichen wollten. Das war ihre Haltung. Deswegen heißt es hier eben ausgenommen die Apostel. Und wir wissen definitiv, dass es falsch ist, was sie hier getan haben, denn schlag nochmal um zu Apostelgeschichte 1, Apostelgeschichte 1, da heißt es in Vers 7, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist aufreicht gekommen ist und ihr werdet mein Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Hedea und Samaria und bis an das Ende der Erde. Siehst du, das ist der Auftrag, den Jesus uns eigentlich gegeben hat. Das ist der Missionsbefehl. Jesus hat uns befohlen, in die ganze Welt zu gehen, das Evangelium aller Kreatur zu verkündigen, aber die Apostel dachten zu dem Zeitpunkt nicht, wir verkündigen das Evangelium aller Kreatur, nee, wir gehen zu den Juden, wir bleiben in Jerusalem. Und diese Verfolgung der Gemeinde, weißt du, wer die gebracht hat? Ich glaube, dass Gott diese Verfolgung gebracht hat, dass Gott absichtlich diese Verfolgung zugelassen hat, eben damit sich die Jünger endlich mal zerstreuen, dass sie eben nicht nur in Jerusalem bleiben, dass sie nicht nur zu den Juden gehen, sondern dass sie den Missionsbefehl erfüllen, in die ganze Welt gehen, die Heiden erreichen mit dem Evangelium. Aber wir sehen hier eben, wenn wir lesen in Apostelgeschichte 8 Vers 1, ausgenommen die Apostel, dass ausgerechnet die Apostel eine falsche Einstellung hatten. Sie hatten immer noch diesen Nationalstolz. Sie hatten immer noch gedacht, die Juden, die sind, also wir sind eigentlich besser als die Heiden. Und das sehen wir dann auch später in Apostelgeschichte 10. Wir sind eigentlich besser als die Heiden. Die Heiden, pfff, nee, die werden wir nicht erreichen. Sollten die an den Herrn glauben? Sie hatten eine falsche Einstellung. Und wir sehen eindeutig, Jesus hat uns empfohlen, in alle Welt zu gehen, nicht nur in Jerusalem zu bleiben. Und was sehen wir? Ja, im Missionsbefehl, in diesem Befehl, ja, Jerusalem zu erreichen, Judea, Samaria und bis an die Enden der Erde. Wir sehen das Prinzip darin, dass wir zuerst logischerweise unsere Heimat erreichen. und das ist wichtig, ja, überliest nicht diesen Vers, sondern denk darüber nach, all die Missionare heutzutage oder Leute, die in die Mission gehen wollen, ja, in Freikirchen, jemand will die Mission gehen, weißt du, was die machen? Die gehen irgendwo nach Afrika. Die wollen irgendwo in den Dschungel gehen. Die wollen irgendwie unerreichte Völker erreichen. sie haben sofort die Enden der Erde im Blick. Also sie sind das Gegenteil von den Aposteln. Ja, die Apostel wollten nur in ihrer Heimat bleiben, nur ihre Volksgenossen erreichen. Heutzutage viele junge Leute in Freikirchen haben diesen Gedanken, wir wollen nur ins Ausland gehen. Beides ist falsch. All diese Leute, die mal Missionare werden wollen und unbedingt nach Afrika gehen wollen oder nach Sibirien oder nach Israel. Ja, was für eine dumme Idee. Ich meine, erstens wirst du in Israel niemanden retten wahrscheinlich. Aber hier ist das Problem an der Sache. Hast du schon mal, bist du schon mal Seelengewinn gegangen in Deutschland? Bist du schon mal Seelengewinn gegangen in Görlitz? Bist du schon mal Seelengewinn gegangen in Dresden? Bist du schon mal Seelengewinn gegangen in Leipzig? Warst du schon mal Seelengewinn überhaupt irgendwann mal? Nein. Hast du schon mal evangelisiert in deiner Heimat? Nein. Also das ist falsch. Denn die Bibel sagt uns, dass wir eben in Jerusalem anfangen sollen. Was symbolisiert das, dass wir in unserer Heimat anfangen sollen? Das ist eigentlich logisch. Die Bibel sagt uns aber auch ganz klar. Das ist ein gutes biblisches Prinzip, das wir hier rauslesen können aus dem Text, dass wir in der Heimat anfangen zu evangelisieren, Seelengewinn zu gehen. Hey, Mission ist vor der Haustür. Du hast garantiert viele Nachbarn, die nicht gerettet sind, dieses Evangelium, noch nie zu 100% gehört haben. Die brauchen dich. Zuallererst. Aber dann sollen wir eben auch in alle Welt gehen. Und ich lese nochmal Vers 1 vor, Apostelgeschichte 8, Vers 1, sorry. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Wir wollen nicht zerstreut werden. Wir wollen nicht diese Verfolgung. Wovor hast du Angst? Wir sehen doch hier gerade daran, dass diese Verfolgung nötig war. Gott hat diese Verfolgung gebracht, damit sie sich endlich zerstreuen. Damit das Evangelium weiter verbreitet wird. Weißt du, wozu Verfolgung führt? Dass das Evangelium verbreitet wird. Dass mehr Kirchen entstehen. Die Gemeinde wurde zerstreut. Die wurden alle zerstört. Und jetzt gibt es keine Gemeinde mehr in Jerusalem. Gerade dadurch wurden andere Gemeinden gegründet. Gerade dadurch wurde das Evangelium verkündet, weiter verbreitet in der Welt. Verfolgung ist super. Verfolgung ist notwendig. Philippa, Kapitel 1, Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Und das ist es, was manche von euch immer noch brauchen. Ich weiß, dass ich mich immer wieder wiederhole mit dem Thema Verfolgung, dass ich das immer erwähne in meinen Predigten, aber ich muss mich wiederholen, weil einige von euch das immer noch brauchen. Was könnte passieren? Und du machst dir Angst vor Sachen, die noch gar nicht passiert sind. Und hier ist das Ding, erzähl mir nicht, dass die Gemeinde Jerusalem nicht wusste, dass die Juden gegen sie sind. Erraten Sie mal was, die Juden haben Jesus Christus gekreuzigt, sie haben Jesus gehasst, sie hassen Christen. Wussten sie wirklich nicht, dass die Juden gegen sie sind? Natürlich wussten sie das. Und sie haben trotzdem weitergemacht. Und ich wünschte mir, dass bei manchen von euch Philippa-Gepitel 1, Vers 12 bis 14 Realität werden würde. Dass ihr es desto kühner wagt, das Wort zu reden ohne Furcht. Das, was ihr braucht. Warum denkst du nicht an die Verheißungen der Bibel? Warum denkst du nicht an Psalm 91, Vers 11? Ja, wenn ich Psalm 91, Vers 11 lese, muss ich immer an Mendel sonst Elias denken. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Warum singst du nicht Psalm in deinem Herzen, um dich zu beruhigen? Warum denkst du nicht an die Verheißung, die Gott so gegeben hat, dass uns behüten wird auf allen unseren Wegen, dass die Engel uns auf den Händen tragen werden, dass sie unseren Fuß nicht einen Stein stoßen? Warum denkst du nicht an Psalm 91? Glaubst du nicht, dass Gott dich beschützen wird? Oh, aber wir sehen doch, Anselm, in der Apostelgeschichte, dass sie zerstreut wurden, dass sie verfolgt wurden. Ja, aber warte mal was, sie wurden währenddessen beschützt, sie waren trotzdem in Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, in Sicherheit zu sein. Entweder du gehst eben der Verfolgung aus dem Weg, du gehst Risiken aus dem Weg, dann wirst du in gewisser Weise in Sicherheit sein. Aber weißt du was, hier ist der Witz an der Sache, hier ist das Paradoxe. Wenn du wirklich so dein Leben leben willst als Christ, dann wird Gott Verfolgung bringen. Dann wird Gott dafür sorgen, dass du verfolgt wirst. Und das ist auch, was wir in der Apostelgeschichte sehen, sie wollten nur in Jerusalem bleiben. Sie wollten es sich einfach machen. Was passiert? Verfolgung. Damit sie es endlich mal kapieren, damit sie endlich mal wirklich für den Herrn leben. Manche von euch brauchen Verfolgung. Ich meine es echt nicht übel mit euch, aber das, was ihr hören müsst. Die anderen Möglichkeiten, Sicherheit zu sein, aber hier ist das eben das Ding, wenn du immer nur Risiken aus dem Weg gehst, das ist eigentlich eine falsche Sicherheit, denn Gott wird dann absichtlich Verfolgung bringen, dass du aufgerüttelt wirst. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Du kannst letzten Endes so mit Verfolgung nicht aus dem Weg gehen, wenn du ein gottesfürchtiger Christ sein willst. Du kannst nicht der Verfolgung aus dem Weg gehen, du kannst widerstand nicht aus dem Weg gehen. Nein, es funktioniert nicht. Du wirst eine Zeit lang in Sicherheit sein. Aber jetzt habe ich endlich Sicherheit, super. Aber das wird nicht lange werden. Andere Möglichkeiten, du gehst einfach alle Risiken ein, ohne Rücksicht auf Verluste, alle Risiken, verkündigst das Evangelium, machst weiter, predigst noch mehr, verteilst noch mehr kontroverse Filme, die LGBT-Lüge und dann wirst du und dann wirst du eben gerade dadurch in Sicherheit sein, denn raten wir mal was, dann wird Gott sich denken, hey, der lebt für mich. Der tut alles, was er kann. Der nimmt keine Rücksicht auf sich selbst. Der wird in Sicherheit sein.